Wir müssen nur noch die EU retten, wir werden's schaffen und wir retten, zusammen an dem Strang ziehen. Hallo? Stopp, 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 stopp! Stopp, hab ich gesagt. Auf der Stelle aufhören. Das war letztes Jahr, hab ich auch mitbekommen. Süß, wie ihr euch und mich, ähm, sorry, wie man das heute so sagt, um die EU bemüht. Aber heute geht es um das Europäische Parlament. Sorry, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mimimimi, mein Name ist Europa, phönizische Prinzessin und obviously Königin von Europa. Ich bin vor tausenden Jahren von Zeus in Form eines weißen Stiers auf diesen Kontinent entführt worden. Daher bin ich namengeben für diesen Kontinent, nicht der Kontinent für mich. Seit ein paar Jahren gibt es jetzt die Europäische Union, kurz EU, und so lange hat noch nie Frieden hier geherrscht. Dem Europäischen Parlament sind die Bürgerinnen und Bürger der EU sehr wichtig, daher ist die Förderung des Friedens, der europäischen Werte und des Wohlergehens der Bürger ein wesentliches Ziel. Genauso wie Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit ohne Binnengrenzen. Durch ein einheitliches Europa stärken die einzelnen EU-Länder außerdem auch ihre Stellung in der Welt. Ich bin durch Europa gereist, um noch mehr über das meiner Meinung nach tolle EU-Parlament zu erfahren und habe EU-Bürger gefragt. Begonnen habe ich in Kroatien, wo ich den Apfelbauer Ivan getroffen habe. Dovardan, meine Schöne, was bringt dich zu mir? Ich bin Europa und habe von Weitem schon ihre Apfelbäume gesehen. Können Sie mir bei etwas weiterhelfen? Ja, warte kurz. Ich muss nur noch einen Apfel abmessen. Aber wieso machen Sie das? Die EU hat mir verordnet, dass meine Äpfel eine Mindestgröße von 6 cm und ein Mindestgewicht von 90 g haben müssen. Und ich sortiere gerade die ungeeigneten Äpfel aus. Ansonsten sind sie für den Verkauf unzulässig. Und was passiert mit den ungeeigneten Äpfeln? Die wandern auf den Komposthaufen. Aber weshalb bist du eigentlich hier? Ah ja, nun zu meiner Frage. Ich bin auf der Reise durch meinen schönen Kontinent Europa und möchte wissen, mit welchen Gesetzen der EU den Menschen in den verschiedenen Ländern vertraut sind. Kennst du vielleicht ein sinnvolleres oder anderes Gesetz der EU, außer die Apfelverordnung? Naja, andere Gesetze sind hier nicht verbreitet. Ich würde gerne mehr wissen, aber wie? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Meine Reise setzt in Italien fort. Dort traf ich Francesca in ihrer Pizzeria. Ciao, Bella. Ein Tisch für dich alleine? Buongiorno. Gerne. Der leckere Duft aus deinem Restaurant hat mich angelockt. Ich bin Europa und sterbe vor Hunger. Was kannst du mir empfehlen? Ja, meine berühmte Pizza Margherita. Aber ich musste eine neue Rezeptur ausprobieren, damit die EU vorschreibt, wie meine Pizza auszusehen und zu schmecken hat. Wollen Sie eine probieren? Ja, ich nehme gerne eine. Aber wieso schon wieder ein Gesetz der EU? Sagen Sie mal, können Sie mir vielleicht bei einem Problem weiterhelfen? Sie! Um was geht's denn? Also, ich möchte gerne wissen, welche Gesetze meine EU-Bürger kennen. Und nun muss ich mir schon wieder ein mehr oder weniger unsinniges Gesetz anhören. Und diesmal geht es um Pizza? Also, ernsthaft? Hast du noch nie etwas von Demokratie zum Beispiel gehört? Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie. Als europäischer Bürger oder europäische Bürgerin genießt du auch bestimmte Rechte. Jeder erwachsene EU-Bürger hat nämlich das aktive und passive Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Naja, gehört habe ich schon davon. Aber ich gehe nie wählen, weil ich mich zu wenig auskenne. Ich bekomme leider nur das gesagt, was ich für mein Geschäftsleben brauche und eigentlich als sinnlos empfinde. Wie zum Beispiel die Pizza-Vorschrift. Ich bin mir sicher, dass es Wichtigeres gibt und ich wäre bereit, mehr zu lernen. Aber wie? Kein Problem. Ich werde dafür sorgen, dass du bald mehr weißt. Nachdem ich die vorzügliche Pizza von Francesca verspeist habe, ging meine Reise auch schon wieder weiter. Und zwar in die Stadt der Liebe. Ach! Baguette, Baguette, nur zwei Euro. Bonjour, ich nehme eines, Monsieur. Oh, natürlich. Ein Baguette für... Wie ist gleich nochmal Ihr Name? Ich bin Pierre, der beste Baguette-Meister in ganz Paris. Oh, ich bin Europa und gehe gerade auf einem Ausflug durch... Tja, Europa und suche nach einer Antwort auf meine Frage. Wie kann ich Ihnen helfen, Marjorie? Meine Frage behandelt das Europäische Parlament. Du weißt doch, was das Europäische Parlament ist. Es tagt entweder in Straßburg oder Brüssel, je nachdem, wonach es sich gerade fühlt. Aber ich fühle mich gerade eher danach, etwas über die Gesetze der EU zu erfahren. Weder Ivan aus Kroatien noch Francesca aus Italien konnten mir wirklich etwas erzählen, außer unnötige Fortschriften, wobei es viel wichtigere Gesetze gibt und... Stopp, stopp, stopp! Immer langsam. Ich kann dir ein Gesetz sagen. Und zwar das Wichtigste in ganz Paris. Wirklich? Komm, bitte sag es mir! Baguette. Die EU schreibt mir vor, dass in 100 Gramm Mehl genau ein Gramm Salz sein darf. Aber wie peinlich. Mir fällt gerade auf, dass ich auch nicht mehr weiß. Aber ich würde gerne mehr erfahren. Kein Problem. Ich kümmere mich darum, aber erst genieße ich dieses herrliche Baguette und begebe mich auf eine Reise nach Belgien. Nachdem auch dieser Versuch, eine Antwort auf meine Frage zu finden, gescheitert ist, startete ich einen neuen Versuch in der Hauptstadt von Belgien. Denn ich dachte, dort muss doch endlich jemand mehr wissen. Immerhin ist es das Herz der EU. In Brüssel traf ich dann Lars. Gutemiddag, frisse Pommes. Hallo, ich hätte gerne eine Portion Pommes. Extra knusprig. Sorry, Süße. Pommes dürfen nur in einer bestimmten Zeit frittiert werden. Nicht zu viel. Weisst du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Europa, die Königin dieses Kontinents. Also bitte mach mir meine Pommes, so wie ich sie will. Ach, tut mir leid. Ich bin einfach sauer, weil mir keiner helfen kann bei meiner Frage. Kann ich dich etwas fragen? Wer sagt es denn, dass du deine Pommes nicht so lange frittieren kannst, wie du willst? Ach, Süße. Das ist mir von der EU vorgeschrieben worden. Also kann ich auch leider keine extra Wünsche erfüllen. Naja, mach sie einfach so wie immer. Aber eine Frage noch. Weisst du noch irgendwelche wichtigeren Gesetze der EU? Tut mir leid. Ich weiß nur, dass man nicht klauen und töten darf und dass man sich beim Autofahren ernsthaft soll. Aber da hört es bei mir auch schon auf. Ja, war doch klar. Warum weiß noch niemand über die Gesetze Bescheid? Ich bekomme doch nichts mit. Ach, wie gerne wüsste ich mehr. Ich werde mich darum kümmern. Danke für die Pommes. Ach, leider wieder keine Antwort. Ich versuchte mein Glück trotzdem noch in Berlin, in Deutschland, wo ich zwei Schüler traf. Hey Ronja, lass mal schuppen gehen. Ja, gehen wir ins Ringcenter. Da haben sie jetzt auch die One-Size-Kleidung. Die soll nämlich jetzt total in sein. Oh ja, gehen wir. Hey Ronja, ist der Zirkus in der Stadt? Nicht, dass ich wüsste, Justus. Warum denn? Ja, da vorne reitet gerade eine Frau auf einem Stier. Sie kommt auf uns zu. Entschuldigung, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ja, gerne. Wir haben es nicht eilig. Was gibt's? Ich bin gerade auf der Durchreise, um herauszufinden, ob die Menschen auf meinem Kontinent über die Gesetze Bescheid wissen. Ja, ich weiß sogar ein ganz Neues. Die EU ist gerade dabei, eine einheitliche Konfektionsgröße der Kleidung einzuführen. One-Size-Kleidung heißt sie. Nicht schon wieder? Wann hört das endlich auf? Warum weiß keiner etwas über die Gesetze, die unser Leben überhaupt ermöglichen? Wir werden über die Gesetze nicht wirklich informiert. In der Schule geht es meiner Meinung nach auch viel zu wenig um die EU oder wichtige Gesetze. Tut mir leid. Oh ja, finde ich auch. Mehr Politik in der Schule. Zur Wahl bin ich dieses Jahr auch nicht gegangen. Ich kenne mich zu wenig aus und möchte nichts falsch machen. Danke für deine Antwort. Ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Naja, ich muss jetzt. Zeus wollte unbedingt noch nach Österreich. Ich hätte längst schon aufgegeben, doch in Österreich erwartete mich etwas Sensationelles. Naja, seht selbst. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Wie soll ich schaffen, die Gesetze zu verbreiten? Ich habe ja oft tolle Antworten über die Gesetze, die uns, die EU-Bürger, zusammenhält gehofft. Keiner, wirklich keiner konnte sinnvoll auf meine Frage antworten. Was soll ich nur tun? Entschuldigung, warum bist du denn so traurig? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Keiner weiß Bescheid. Über was denn? Na gut, ich frage noch ein letztes Mal. Zeus steh mir bei. Wisst ihr etwas über die Gesetze, die das Europäische Parlament beschließt? Ja fix. Wo liegt jetzt genau das Problem? Ich war in verschiedenen Ländern und niemand konnte mir mehr als ein Gesetz sagen. Und diese waren nicht maßgebend. Aber woher habt ihr euer Wissen und was wisst ihr? Wir, die vier GHS, wissen gut über die EU-Bescheid. Denn ganz ehrlich mal, was wären wir ohne die EU? Das Europäische Parlament trifft viele wichtige Entscheidungen, die unser Leben ausmachen. Wie zum Beispiel, das Reisen in Europa ist heute sehr einfach. Zwischen den einzelnen Staaten gibt es keine Grenzkontrollen mehr. Außerdem sind die Flüge in den letzten Jahren viel billiger geworden, sodass auch Jugendliche und Familien mit Kindern sich einen Flug leisten können. Das Roaming wurde abgeschafft und ermöglicht so den Reisenden im Ausland den Heimtarif weiter zu benutzen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wasserqualität. Wasser ist nicht nur zum Waschen, sondern auch zum Trinken da. Da ist die Qualität entscheidend. Wer in der EU lebt, kann den Wasserhahn bedenkenlos aufdrehen und sein Glas darunter halten. Weiteres hat die EU europaweit verbindliche Standards für die Qualität der Atemluft eingeführt, die die Mitgliedstaaten durch konkrete Maßnahmen umsetzen müssen. Außerdem bietet die EU jungen Menschen sehr viel Freiraum für Ausbildung. Rund 60 Millionen Europäerinnen und Europäer sind zwischen 14 und 25 Jahre alt. Noch nie hatten junge Menschen bessere Chancen als heute. Sie können in der gesamten EU ohne Schranken reisen, in den Nachbarländern studieren, eine Ausbildung absolvieren, Sprachen lernen und arbeiten. Wow, ich bin überwältigt. Ich war kurz davor aufzugeben, doch jetzt habe ich euch getroffen. Könnt ihr mir das Geheimnis für euer Wissen verraten? Ja, natürlich. Es ist die Aufgabe der jungen Menschen von heute, das Europa von morgen zu gestalten. Deshalb sind sie ein wesentlicher Bestandteil der EU von heute und der EU der Zukunft. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in der Schule intensiv mit der EU. Wir haben schon an diversen Projekten zum Thema EU teilgenommen. Wir waren letztes Jahr auch schon beim EU-Jewischen-Projekt dabei. Ach, euer EU-Song, den kann ich natürlich schon wirklich beeindrucken, was ihr so drauf habt. Und außerdem waren wir auch beim Safety-Room-Projekt der EU in Salzburg. Wir waren in einem Raum eingesperrt, in dem wir mit Rätseln über die EU entkommen mussten. Oh toll, ich wusste nicht, dass sich Schüler so für mich, äh, ich meine die EU engagieren. Das rührt mich fast zu Tränen, aber diese Dinge wissen leider viel zu wenig Menschen. Habt ihr eine Idee, wie mehr Menschen an diese wichtigen Informationen der EU kommen? Die EU könnte eine App entwickeln, in der jeder Bürger die Gesetze nachlesen kann und diese dabei auch verständlich und auf spannende Weise, zum Beispiel in Form einer Geschichte, erklärt sind. Zum Beispiel hatte Moritz aus Österreich einen Unfall in Slowenien, als er aus Kroatien vom Urlaub zurückfuhr. Das sah circa so aus, ganz schön blöd gelaufen. Was nun? Gott sei Dank hat ihm seine Mutter letztens diese neue App gezeigt. Und Moritz konnte sich ganz schnell informieren. Ein EU-Gesetz regelt die Ansprüche der Opfer auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, vor allem bei einem Unfall im Ausland. Wer nun im EU-Ausland unschuldig bei einem Unfall verletzt wird, kann auf eine Entschädigung hoffen. Das Europäische Parlament stimmt für ein EU-Gesetz ab, das grenzüberschreitend Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadensersatz regelt. Ziel ist es, die Rechte der Bürger im Binnenmarkt zu schützen. So wusste auch Moritz, was nun zu tun ist und dass er sich keine Sorgen machen muss. Außerdem könnten einzelne Gesetze mehr in Werbungen in das Fernsehen oder Internet miteinbezogen werden. Man kann auch in der Zeitung oder in Zeitschriften bei jeder neuen Ausgabe auf einer Seite ein paar passende und aktuelle EU-Richtlinien angeben. Aber das Wichtigste ist wohl, dass die Jugendlichen und auch schon Kinder die Grundlagen der EU kennenlernen sollten. Wir machen, wie schon gesagt, gerne bei Projekten und Wettbewerben von der EU mit, weil das Zusammenarbeiten mit Freunden viel Spaß macht und wir nebenbei einen tollen Lerneffekt erzielen. So, nun hast du es auch schon geschafft. Du bist am Ende unserer kleinen Geschichte angelangt. Und um mehr über das Parlament zu erfahren, kannst du dir auch einfach dieses Video anschauen. Und da du das ja logischerweise gerade gemacht hast, bist du praktisch ein bisschen schlauer geworden im Bereich des Europäischen Parlaments. Also, Ende gut, EU gut. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.